Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo an alle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugestoßen seid. Ich möchte heute ein kurzes Statement zum letzten Livestream, bei dem ich teilgenommen habe bei IMAN TV, kurz etwas zu zu sagen, beziehungsweise zu den Hintergründen, die dann noch danach gelaufen sind, zu den zwei Personen, die hier im Bild zu sehen sind. Der eine links Klaus, der den Achso-Kanal betreibt und der Udo Stamm, ich weiß gar nicht, ob der auch einen Kanal betreibt, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich möchte kurz darauf eingehen und zwar auf ein paar Punkte, die sie zusammen dann nach in einem eigenen Livestream nochmal gemacht haben. Und sich meiner Meinung nach, ich habe es mir wirklich angetan, diese, ich glaube, wie lange war es jetzt, ja, drei Stunden knapp. Habe ich mir angetan, habe es mir angeguckt und wie sie da versucht haben, ja, die Sachen zu widerlegen, die da gelaufen sind. Man muss im Vorfeld wissen, beim letzten Stream, wo es um die Kreuzigung ging, war der Klaus nicht im Livestream direkt, aber er war in der Lobby sozusagen, er wollte immer wieder rein und hat auch Schützenhilfe im Chat gegeben für den Udo, was aus meiner Sicht erstmal gar kein Problem ist. Aber was ich bedauerlicherweise finde, ist, dass sie, auch gerade der Udo, dass, ja, durch die Moderation, die gelaufen ist, am Ende auch gefragt worden ist, wie sie den Stream empfunden haben, ob alles in Ordnung ist und so weiter und alle es abgenickt haben. Und dann aber so ein, ja, ein Video danach dann entsteht, wo dann sozusagen gespottet wird, gelästert wird und ich finde eigentlich auch schon fast in Richtung Beleidigung gegangen sind, auch gegen meine Person oder gegen die anderen und das finde ich einfach, das, ja, finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich habe das auch bei dem Asuk-Kanal, bei dem Stream von den beiden vom 19.11. auch kommentiert. Ich habe gesagt, ich finde es sehr bestürzend, mein Kommentar kann man da lesen, er wurde noch nicht entfernt. Es wurde darauf eingegangen, dass ich den, ja, den Garten falsch benannt habe, wurde sich drüber lustig gemacht und damit sozusagen mir aberkannt, dass ich Wissen hätte. Ich meine, letztendlich kann ich darüber hinwegsehen, aber ich finde einfach die Art und Weise einfach schade und ich finde es, ja, einfach bestürzend, dass man das so handhaben muss. Wieso kann man nicht, wenn man gleich gefragt wird, sagen, hey, das fand ich nicht in Ordnung oder ich hätte mir dessen das gewünscht, einfach ein offenes, korrektives Feedback geben, anstatt dann alles abzunicken, ja, ja, es war alles okay, schön, danke und dann einen Tag später oder wie auch immer, ein paar Tage später dann einen eigenen Livestream starten und sozusagen sich dann privat austauschen und dann das öffentlich hochjagen und, ja, einfach dann so abzulästern in so einem 3-stündigen Video. Das finde ich einfach, ich weiß nicht, macht man das so heutzutage? Ihr könnt gerne das kommentieren, aber ich sehe es ein bisschen als Heuchelei. Ich finde es charakterlich sehr schwach. Ich habe das auch gesagt, ich habe auch gesagt, ich habe mehr von euch erwartet, gerade weil ihr euch Christen nennt und das dann für mich, ja, einhergeht mit, ich glaube an etwas und ich habe da auch Regeln und Anstandsregeln und so weiter und auch eine Vorgabe, wie ich miteinander mit meinen Mitmenschen umzugehen habe und das lebt ihr für mich einfach nicht. Also ich habe gesagt, ich habe echt mehr von euch erwartet, auch charakterlich mehr, moralisch mehr und, ja, es kommt einfach nichts. Also ich finde das sehr, sehr schade. Ich finde das eigentlich, also ich freue mich eigentlich, sage ich mal, christliche, ich sage es jetzt mal, Brüder zu haben, die das wirklich leben und ich kenne eigentlich auch sehr gute Beispiele, ja, von christlichen Menschen, die sehr achtsam sind, sehr respektvoll und so weiter, wo ich sage, hey, ist doch super, ja, es muss ja nicht gleich, dass wenn ich Moslem bin und du bist Christ, muss ja nicht gleich ein kalter Krieg sozusagen entstehen, ja, sondern man kann doch trotzdem nebeneinander leben, so wie Lessing es beschrieben hat, ja, mit der Ringparabel und, ja, man kann auch miteinander leben und trotzdem sich achtsam und menschlich und respektvoll begegnen, ja, wieso muss man so etwas starten und, ähm, was ich dann sehr interessant finde, von Udo kommt dann rüber, ähm, äh, kommt dann gleich eine Verteidigung und auch gleich, ja, äh, äh, kommt auch noch eine Androhung, ähm, wie zum Beispiel, dass er da schreibt, der Stream mit ImanTV wird, so Gott will, noch ein Nachspiel haben, ähm, und, äh, ja, ich finde das einfach schade, ja, ähm, dann, wo ich ihn nochmal drauf anspreche und sage, ja, ich finde das nicht in Ordnung, ähm, ich habe auch nicht einen Anspruch, äh, für mich genommen, dass ich perfekt bin und dass ich alles weiß, ähm, wieso muss man mich dann dafür danach fertig machen, also mache ich das, ja, also wo ist da der gegenseitige Respekt, ja, das ist ein Livestream, klar, man kann sich in gewisser Weise vorbereiten, aber auch, wahrscheinlich kommen auch Situationen, wo du nicht sofort eine Antwort hast und so weiter und so fort, ähm, und das ist doch völlig in Ordnung, wir sind Menschen, ja, das ist, äh, eine offene Debatte, es ist, ähm, eine respektvolle Debatte, ähm, ja, und, äh, wo es nicht darum geht, jemanden fertig zu machen, sondern einfach, äh, intellektuell sich auszutauschen und mit Argumenten zu argumentieren, ähm, ja, und das ist alles in Ordnung, man hat ja auch den Udo, äh, respektiert, der da gleich von vornherein gesagt hat, hey, ich werde wahrscheinlich nicht auf alles direkt spontan antworten können, aber, ne, und es war ja dann völlig in Ordnung. Und dann aber umgekehrt so, äh, zu sagen, ja, aber ihr, ihr, ja, ach Gott, du hast es nicht gewusst, ha, 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 guckt, der hat gar keinen Wissen, der nennt sich Ex-Christ und so, ha, ha, was soll denn das, was soll denn das bitte, ja, das finde ich so menschlich so schwach, das kann ich gar nicht anders, äh, betiteln oder bezeichnen und dann kommt er und sagt, ähm, kommt er selber beim zweiten Kommentar und sagt, ja, ich finde ehrlich gesagt selber, dass Klaus mit seinem Spotten generell übertrieben hat, ähm, ja, und auch noch, auch noch das da mitbegründigt, dass er sagt, da, ich weiß, dass man Muslime durch diese Art nicht erreichen kann, also das heißt, wird, wird man Muslime so erreichen können, dann würden sie über alles spotten, also auch er, ähm, aber weil es man ja nicht so erreichen kann, dann, ja, dann lassen wir, verzichten wir drauf, also das ist das, ich verzichte doch darauf, über andere zu spotten, weil er ein Mensch ist, weil er, äh, geachtet, äh, gehört, ja, also Jesus sagte doch selber, äh, so wie ihr behandelt werden wollt, so behandelt auch die anderen, ja, ähm, ja, äh, die Christen sagen immer, ja, wir haben das Gebot der Nächstenliebe, wir lieben auch unsere Feinde, ja, also wenn es denn wirklich wahr ist, warum erfahren es dann die anderen nicht, oder warum leben es die beiden nicht, ja, also frage ich mich, ja, ich meine, ähm, biblisch betrachtet, äh, hört eigentlich die Nächstenliebe, äh, im eigenen Volk auf, oder im eigenen Dorf, da hört es eigentlich auf, also Feindesliebe galt es, äh, gab es nicht, sondern es gab nur untereinander, wenn man da eigentlich, äh, Keilereien, Streitereien hatte, hatte man sich daran zu halten, aber gegenüber Feinde, kann man in der Bibel nachlesen, im Alten Testament vor allem, ähm, hatte das nichts damit zu tun, ja, ähm, auch wenn Jesus ja kommt, da wird ja auch keine Nächstenliebe mehr gepredigt, sondern, äh, Gute Nacht, ja, für jeden, ähm, und dann kommt auch noch der Achso-Kanal selber, der da mir mitschreibt, ich lese es euch mal kurz vor, ihr könnt es selber nachlesen, falsche Aussprache ist kein Problem, Unwissenheit auch nicht, außer man stellt sich als den Wissenden dar, was du getan hast, wo habe ich gesagt, ich bin wissend, wo habe ich gesagt, ich weiß mehr als alle anderen, ich rede für mich von dem Wissen, was ich habe, also, gerne korrigiert mich, wenn ihr, wenn ihr da ist, jetzt wisst, ich weiß es nicht, dass ich mich als Schirr oder irgendwas dargestellt habe, überhaupt nicht, an einfache Muslime stelle ich einen anderen Maßstab, als an ein Schirr, oder an, als an Schirrs, wo, wo hat Iman TV gesagt, dass sie Schirrs sind, ich wüsste es nicht, also zumindest nicht in den Streams, wo ich dabei bin, ähm, aber auch ich habe es ja nicht gemacht, überhaupt nicht, ich habe nur gesagt, das, was ich gelesen habe, ich habe sogar die Bibel ja in, in, in die Kamera gehalten, wenn jemand, der von der Bibel wenig Ahnung hat und dann Dinge durcheinander, äh, kriegt, sehe ich da kein Ding drin, sagt er, aber du hast dir viel Mühe gegeben, dich als Christ mit viel Kenntnis und starkem Hintergrund darzustellen, würde ich jetzt auch nicht so hundertprozentig unterschreiben, ja, ich habe gesagt, ich bin Ex-Christ, ich habe viel gelesen, aber was ist viel, also beziffer mir das bitte, das Problem ist nicht, zitiere weiter, das Problem ist nicht, dass du ein Wort falsch gesagt hast, sondern, dass du auf Wissen machst, obwohl sehr, sehr wenig Ahnung hast, finde ich krass, er hat mich jetzt in zwei Streams gesehen, mit einem hat er nur mit mir debattiert, das war in dem ersten, wo ich dabei war und da zu sagen oder beurteilen zu können, dass jemand Ahnung hat, starkes Ding, da sollte Arzt werden, mit seinen Ferndiagnosen, da könnte er wahrscheinlich viel erreichen, ähm, ich habe dann auch gesagt, also, wie kannst du sagen, ob ich jetzt, äh, ne, äh, hier Wissen bin und so weiter, und wie dein Glaube war, kann ich nachträglich nicht beurteilen, klar, aber ich sehe, dass so einfachste Dinge nicht hinkriegst und auch Bibelstellen verdrehst, die man nicht falsch verstehen kann, wenn man den Vers einfach bis zu Ende liest, zum Beispiel, aber nicht mein Willes soll geschehen, sondern der Deine, du bist entweder unglaublich naiv und von Betrügern geimpft oder selbst ein Betrüger, eine dritte Möglichkeit erkenne ich derzeit nicht. Ich schreibe ihm da auch nochmal drauf geantwortet, er hat nicht, er hat gar nicht mehr geantwortet, was ich auch sehr traurig finde, also ein Dialog ist mit ihm auch nicht möglich, ähm, aber das einfach so krass hinzustellen, ja, also, Wahnsinn, klar, man kann unterschiedlicher Meinung sein, wenn man es nicht kann, warum gibt es dann so viele christliche Sekten, erklär mir das, wenn alle doch vom Heiligen Geist inspiriert sind, frage ich mich, wieso, weshalb, wieso klappt das nicht, ist der Heilige Geist da irgendwie ein bisschen selber verdattert, äh, oder verdreht im Kopf, ich weiß nicht, ohne ich es jetzt blasfemisch zu meinen, ähm, aber es ist, ja, ich finde es einfach schade, richtig, richtig schade, das wollte ich euch, äh, ja, kurze Statement dazu geben, ähm, dass ich das einfach unendlich traurig finde, äh, und ich von den beiden mehr gehalten habe. Mal sehen, wie es weitergeht, ich habe, ähm, mit Udo Kontakt aufgenommen, äh, er wollte noch mit mir einen Livestream machen, ähm, beziehungsweise ein privates, ähm, ich hoffe, dass das besser ausgeht, dass man sich da menschlich, äh, begegnen kann, und einfach, ähm, sachlich sich unterhalten kann, ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, wünsche euch alles Gute, ja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tschüss an alle.